Ja, die Burg da oben habe ich mit dem Minigun reingeratzt. Achso. Deswegen, die wollte ich ja eigentlich übernehmen. Weil das war die Position, die hätte man gut ausspielen können. Ich hab grad voll geglitscht, oder? Voll geglitscht. Fuckle, ohne Scheiß. Wo geht der Maus? Was hier? Im Wald. Tja. Das war gegen Lake. Das war glitscht. Muss mal ne Wand aufstellen, muss mal ruf springen und dann versuch uns da lang zu sliden. War grad wie so ein Warp. Immer rinnen raus, rinnen raus, so. Komisch. Teleportiert. Na, so ein kleiner Clippinggeber. Na, geh ja so goldig. Das ist mir halt. Das ist übelst, der unten. Alter, der kann die Kiste auch nicht looten. Was ist denn hier los? Lackt. Was ist denn da? Ja. Ja. Diese Kiste kann ich nicht looten, Alter. Und ein Baum steht hier. Geht auch nicht weg. So viel ne Scheiße. Geht gar nichts. Das Spiel leckt. Oh nein, weg. Hier ist noch einer bei mir. Ey, kann nischt machen. Oh verdammt, Alter. Er ist so low. Ich hab ihm drei Headshots gegeben mit dieser dreckigen Piska. Was ist das für einer, Alter? Guck mal bei mir. Jetzt kannst du schauen, was machen bei mir. Ja, kann ich. Guck mal, was ist denn da, oder? Ne. Toll, oder? Wagi. Kannst du, renn da rein und stirb. Kannst nichts machen. Ey, wirklich krank. Kann nischt machen. Renn da rein und stirb. Vielleicht haust du dir noch mit der Spitzhacke down. Und ich hab ihm zwei Headshots hintereinander gegeben. Mann, vielleicht Treffigen, oder? Einfach mal wegen Geigen. Ne. Geist. Nani da. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Siehst du das? Ja, sieh ich, Berns. Stirb doch einfach. Lass uns spielen. Wann bist du blöd? Sieht bei dir gerade so aus wie bei mir. Du läufst ganz normal durchs Labyrinth. Ja, bei mir sieht anders aus. Dann ist ja halt. Du läufst ganz normal mit deiner Spitzhacke einfach und guckst auf den Boden. Mann, welches Spiel bug der da? Das hab ich auch noch nicht gesehen, dass man gar nichts abbauen kann. Soll das bei dir anders aus als bei mir? Du bist einfach nur so ganz normal gelaufen. Mann, ne. Ach. Du wolltest weg deine Seite. Da. Du willst nur zu sehen.